Genie, die mobile Ballongasflasche von Linde steckt voller Leben und das möchten wir Ihnen heute zeigen. Vielleicht fragen Sie sich, seit wann sieht eine Gasflasche denn so aus? Freundliches Blau mit einem akzentbetonten Ring und dann diese Griffe und überhaupt seit wann hat eine Gasflasche denn Rollen? Genie ist eben etwas besonderes. Dank der Griffe ganz praktisch zu handeln und die Rollen erleichtern den Transport. Und mal ehrlich, verstecken braucht sie sich auch nicht, unsere Genie. Das Highlight ist aber das intelligente Display. Und das sehen wir uns mal genauer an. Zur Aktivierung reicht ein kurzes Betätigen des Startbuttons. Sie müssen nie wieder rätseln, wie viele Ballons Sie noch mit Ihrer Gasflasche befüllen können. Über das Display sehen Sie auf einen Blick, wie der Füllstand Ihrer Genie ist und wann Sie Genie neu befüllen müssen. Genie geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie berechnet automatisch, wie viele Ballons Sie mit der aktuell eingestellten Ballongröße noch befüllen können und zeigt gleichzeitig an, wie sich die Anzahl verändert, wenn Sie zum Beispiel kleinere oder größere Ballons befüllen möchten, von XS bis XL. Und wie befüllen Sie jetzt die Ballons? Ganz einfach. Knickventil anschrauben, Hauptgasventil öffnen und Ballon über die Spitze des Ventils stülpen. Durch Herunterdrücken der Ventilspitze füllen Sie den Ballon. Und nicht nur einen. Dank 40% mehr Inhalt bereitet Ihnen Genie die Freude an mehr als 600 kleinen Ballons. Genie steckt voller Leben. Hier klicken und informieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.